mein video heute spielen wir also ich kann es gibt gehabt sein ab und kam neue jobs hier ist ein neuer job der arbeit machen wir bald den job hier ist fahren hier den jahr das sieht gut aus internet ist ja man geht hierhin da kann man autos fahren wir kamen den job aussuchen und bald gibt es mehrere kleid und die hier 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 und das hier da hat man hier zu stehen das hat sie auch nicht wo geht man hier ist ja und das externe autos zu viel in ein bild davon wie komme ich aus wirst das kasseln dass das spiel packt ich kann es mich nicht aus ich sehe dass ich ich glaube ich habe spiel kaputt sowas wenn ich ein paar spiel vor ist das mit ich finde das ist gar nicht egal egal wenn es hieß wann egal dies dann habe ich die ich brauche gut das ist hier da ich glaube seit das neue update leckt das auch so voll man kann das spiel gar nicht mal spielen das leckt komplett ich weiß nicht warum das so hart leckt was für das spiel leckt voll und das liegt nicht am internet die lecks liegt am spiel wahrscheinlich ich gebe auch so man soll nicht immer man gibt nicht immer internet schon mal verliegst am spiel also hier ich habe auch andere spiel das spiel wo man sogar sagt es ist ein richtig läckiges spiel leucht flüssig das stück ist glaube ich sogar neu jetzt schauen wir uns das dort ist auch mal ganz unauffällig fangen wir hier ein laufen raus und anzuschauen was ich rein drin bin und ich pack wieder mich fest nein wer schießt hier rum weg da weg da weg da natürlich er muss immer weg wenn jemand schießt hier ist noch ein raum kommt da rein ich will nicht sagen was der typ schießt und hier ist ein mikrofon reden sie mal mit mir okay ich habe ich eine kamera das ist wirklich komme vorwachte jetzt leute man kann sogar hier noch lieb dass die kamera ist war das hier ist mein auto wie sind kann ich so ein auto fahren also im ja Oh, 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 oh. Gut, ich habe mich verloren. Ich war ein guter Autofahrer. Gut, ich habe mich verloren. Ja, das würde es mal mit den Updates sein. Gut, ich habe mich verloren. Bis zum nächsten Video.